MilleMille war halt ein Ding zwischen, naja, du musst mit allem rechnen, es kann alles passieren. Das ist die größte Fahrer in der Welt, und zu fahren, so schnell wie man kann, ist ein wunderschönes Gefühl. Es war wirklich mein bestes Fahrer, ich denke, und ich habe es enorm genannt. Dieser Fokus auf die Kondition der Fahrer, nämlich das Fahren so angenehm wie möglich zu machen, an die kleinen Details zu denken, das war der ausschlaggebende Faktor. Monza ist fantastisch, das ist das Haus in Italien, ich meine, das Haus im Motorrad. Das war's, das war's. Heute war die erste Mal, dass ich mich in der Banken habe. Es war unglaublich, unglaublich. Wir haben keine Banken in Form 1, also sehr, sehr cool. Ich denke, wir sollten eine Banken in Form 1 haben. Das war's. Das war's. Das war's so much fun. Ich will wieder gehen. Schienkirchen Jurgen. Vielen Dank.